Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Seven Days to Die. Warum schießt er noch? Okay. So, wir haben dann gleich nachher dann die Horde. Können wir noch irgendwas vorher machen? Wir könnten hier zumachen. Unten haben wir ja endgültig zugemacht. Einfach, damit ich mich hier nicht mehr einrenne. Ähm, Klappen habe ich. Ah, genau, verkehrt, aber wurscht. Gut. So, zum reparieren haben wir alles. Wir haben noch zwei Molles. Ah, das müssten wir irgendwann auch noch zumachen. Gut, nicht jetzt. Okay, Muni haben wir nicht besonders viel. Aber doch, es geht. Da haben wir halt nichts mehr. 300, das ist nicht viel. Da sind Steine. Da ist nichts mehr drin. Blei. Nein. Zwei gehen sich da aus. Okay. So, brauchen wir einfach mehr Rohstoffe nachher. Das könnten wir auch noch da rüben reintun. Naja, das bringt nicht viel. So. Da ist nichts im Betrieb. Essen, trinken haben wir genug, oder? Ja. Okay. Drüben waren wir soweit. Fertig. Ja. Könnte höchstens. Ja. 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 Danke. Was. Das müsste man noch aufhören. Das müsste man noch aufhören. So, hungrig. Ja, machen wir gleich. Hm. Okay, schaut eigentlich soweit ganz gut aus. Okay. 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 So... So. Aber Mama, das ist mein Sohn. 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 so jetzt gingen zumindest mal schlag aus so okay just read a person gut dann gehen wir noch raus die steine kann man da raus geben das hier auch hier schon eine fertig und dann weiter 39 sekunden das geht sich aus da haben wir eine ressortüre also mal kam da 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 Okay. Ich bin gespannt, ob das aus wird. So. Eingeschalten ist alles. Das brauche ich auch nicht mehr. Wir haben alles mit. Ich wollte schauen, ob ich ja... Ich meine, dafür ist jetzt eh spät. Stofferzen, Benzinkanister, Öl und Gläser. Ich glaube, danach muss ich mir dann Benzin wiederholen. Ah, ja. Aber da klungen wir jetzt nochmal 40 raus. So. Das ist okay. Da sind immerhin schon zwei fertig. Stoff brauchen wir nicht genau. Nicht damit. Mhm. Habe ich noch einen Punkt da. Keiner mit. Gut. Repair. Das da. Sonst habe ich viel zum Reparieren mit. B discussed. B. B. Um, Uh-huh. B. Ja. B. 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 du bist schockiert nein bitte ich nicht so was haben wir da zwei davon, was grüßt man. wir könnten natürlich oben eine kiste hinstellen wo die kalde wäre wohin hier ja wir könnten deine herstellen das würde schon gehen hier 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 Musik 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 So, ich möchte mal mehr betonen. Musik 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 Nur eines war noch übrig, okay. Das ist nicht viel. Musik 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 Das war's. Das war's. Das war's. Schauen wir noch mal schnell nach dem Benzin, aber das muss passen. Jetzt ist ich gleich 22 Minuten. Oh ja. Eicht locker. Einen davon stellen wir da her, einen davon. Und stellen wir da her, wir haben das, wir haben das hier, das hier, das hier und eine Menge Molly. Okay. Die ist geladen, die ist geladen, die ist geladen. Nein. Achso ja, wir haben ja keiner. Okay. Das heißt, eigentlich brauchen wir die gar nicht da, sondern da könnten wir nochmal 20 Molly platzieren. Gut. Es dürfte losgehen. Ich glaube, ich bin fix und fix. Kann sein, dass ich die nicht eingerichtet habe. Okay, halt. Und weiter. Okay, dann. Oh, shit, du darfst da unten. Ja. Das ist gar nicht nur schlecht, ja. Das ist gar nicht nur schlecht, ja. Das sieht doch eigentlich cool aus. Ja. 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 Ja, ja. 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 Das wird von mir. Oh, das ist ein Sacko? Come on. Come on. Denen gehts gut. Euch gehts auch noch gut. So. Hm? Ja. No. Wo werden sie nicht? Ja. Ich weiß gar nicht wieso. Die wollen nicht genug. So, so, so. Aber wenn sie nicht darüber wollten, das... Ich bin schon klar. Ich bin schon klar. Okay. Okay. Oh, come on. Oh nein, nicht da her. Wie sind die jetzt da aufkommen? Seit sie reinkommen. Wo treiben sich die rum? Die rennen weg. Sie haben mir da drüben die Kaffe schon wieder weggemacht. Natürlich, da kommen die. Ich gehe wieder rüber. Deswegen rennen die alle darüber zu dem Haus. So, wo ist er dann? So, wo ist er? So, wo ist er? So, wo ist er? Wo ist er? So, 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 wo ist er? Und hier? So, wo ist er? So, wo ist er? So, wo Gregorius? So, wo ist er? So, wo ist er? Da wollen die Müllischen. 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 Eine zweite Müllischen war uns schon. Genau damit haben wir die Müllische. Das ist gut. Da wollen die Müllische. Okay, dann geht's ja gar nicht ganz gut. Oh. 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 Okay. Oh. Okay. Oh. 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 doch schade gut ein kreisel ist ganz kaputt jetzt reise noch da gut dann hören wir mal auf so blödsinn ich muss ja rüber muss einen strom abdrehen das müssen wir auf jeden fall verhindern dass das noch einmal durchziehen einmal da geben wir jetzt erstmal die dazu wir haben ja eh nix da kommen die rein da kommt dann mal alles andere rein da kommt noch ein dass das dafür nehmen wir uns wieder ein bisschen holz da kommt dann das das muss man schon das muss man schon und so jetzt kann man abtrennen also nicht wenn man nicht damit nichts mit ok da ist auch die klappe hin so was haben wir jetzt da nichts mehr jetzt müssen wir auslangen gehen ich schaue dann gleich ob die da noch mehr angerichtet haben inla kleidung medizin den lachs den kann man doch kochen so den hatte ich noch nicht welchen gerade gekocht habe wahrscheinlich so dann haben wir muni da haben wir noch mal muni da haben wir übrigens auch schrutt patronen und da haben wir es bleibt aber bei mir der rest dann erstmal raus so schauen wir nochmal mal das heißt ich brauche ja da habe ich aber keine da nein okay so passt was ist denn da guten guten morgen händer hast mich ja wieder mal streiflich im stich gelassen mit den ganzen zombies gut was fehlen wir schießpulver fehlen wir na gut dann schauen wir mal beim nächsten mal ob wir nicht zu mehr schießpulver kommen und ich sage mal tschüss schon bis dahin bis dahin bis dahin Untertitelung des ZDF, 2020